Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Rouge Ja, ähm, wir sind jetzt an der Stelle, wo wir auf keinen Fall langsamer werden dürfen, wenn ich gerade nochmal schnell das Headset leise mache Und wie ihr vielleicht sehen könnt, Leute, die erste Folge mit einer Facecam Hm, mal interessant, ich bin mal gespannt, ob ich das auch so gut hinkriege Falls sie später im Video nicht zu sehen sein sollte, habe ich es eindeutig voll verschissen und ich darf nicht stehen bleiben Wie soll ich denn, ohne ins Gefecht zu geraten, hier vorbeikommen? Das wird echt schwierig Oh, 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 er sieht mich, er sieht mich Oh, das war knapp, das war knapp, aber ich darf echt nicht stehen bleiben, das ist relativ schwierig Ich bin mir nicht ganz hier, wie ich hier so sauber durchkommen soll Hier in den Heuhaufen, dann dort schnell vorbei Oh mein Gott, Alter, ich schmier den nächsten Herz, Kasper Ich würde sagen, hier auf die Mauerkante raufklettern, hier Oh Gott, okay, ich kann dort nicht drüber, ich muss wohl hier rauf Dann hier rüber Oh, lass los, lass los, ich muss sprinten, ich muss sprinten Ich kriege uns ein Herz, Kasper Nein, Alter, uns hier so eine scheiß Schlampe, das kann doch wohl nicht wahr sein So, ich bin in keinem Kampf verwickelt worden, oder? Oder bin ich im Kampf verwickelt worden? Jetzt sagt nicht Nein, das bin ich noch nicht, die Neemis muss noch aktiv Das zählt wohl nicht, als wir im Kampf verwickeln lassen So, ich muss jetzt aber definitiv hier rauf, weil ich muss ein bisschen Hackengas machen Der Junge, der kriegt recht schwer den nächsten Herz, Kasper Allein dadurch, dass ich hier gerade kurz lang renne Alter, Späte, öh, lauf, 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 lauf Ich muss die Pumpe im Schwung halten Komm, Junge, komm, das schaffst du Die Pumpe muss im Schwung bleiben Komm, Sprung, Sprung, ich kann echt nicht stehen bleiben Er darf mich auch gleich von diesen, von diesen hier, von diesen Sperren oder sowas sich treffen lassen Oh, ja, sie ist runtergefallen in den Tod Ich will mal hoffen, dass das jetzt nicht, äh, negativ für uns gewertet wird Oh Gott, oh Gott, oh Gott Alter Mann Ach nee, ist das Schwierendsteil, ich dachte, das ist ja wieder unsere alte Pumpe Ja, Mann, 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 Alter Der Junge wird nicht jünger Und, äh, Deckung, Deckung, Deckung Nicht in Kämpfe verwickeln lassen Ja, und das sollten wir auf keinen Fall In Kämpfe werden wir uns auch nicht verwickeln lassen So, äh, ja, ich muss sprinten und dann wieder stehen bleiben Aber ich darf gleichzeitig auch nicht stehen bleiben Das ist echt schwierig Ich weiß nicht, wie ich das machen soll So, so Jetzt muss ich ja eine Runde sprinten Weil sonst ist das gleich Ende im Gelände hier mit unserer alten Schmollerpumpe Ja, wui, komm, wir haben mal eine Frage Zählt das jetzt als im Kampf verwickelt lassen? Nee, auch nicht gut Sehr gut Ich bin mir ja manchmal nicht so ganz sicher, wo das Spiel hier differenziert Aber es zählt anscheinend noch nicht Das finde ich sehr, sehr gut Oh, komm schon rüber, Alter Entweder du kommst rüber oder nicht Hey, stop you Hey, da ain't you Bin ich im Kampf verwickelt? Nein, ich bin nicht im Kampf verwickelt Alter, Alter Was, was, was? Ziel verloren? Wieso hab ich das Ziel verloren? Wo ist die olle Kuh denn hin? Wieso hab ich denn jetzt das Ziel verloren? Wo hat die sich denn versteckt? Habt ihr sie gesehen, Leute? Also ich persönlich hab sie grad nicht gesehen Ey, so ein Kokolores Jetzt werd ich sie mir auf jeden Fall schnappen So, ich muss hier auf jeden Fall raufklettern Ich brauche Tempo in dem Spiel Wesentlich mehr Tempo Und ich bin grad eben anscheinend total Kokolores gelaufen Es gibt hier einen Überdachweg Wie da ist das? Und ich renne hier immer von A nach B nach C Und denke mir so Oh mein Gott, wo muss ich lang? Oh mein Gott, oh mein Gott Bin ich in Fight? Hä? Das check ich jetzt nicht Was ist denn jetzt schief gelaufen? Was war denn jetzt gerade verkehrt? Ziel hab ich verloren Aber ich war doch nicht in Fight Oder haben die mich etwa doch gesehen? Die können mich doch nicht gesehen haben eben gerade Hallo, hallo, Kamera Kamera Danke fürs Mitmachen, Kamera Ach, ich bin jetzt schon wieder hier draußen Infernung zum Ziel verringern Das ist jetzt schon die Stelle, wo ich in Kampf verwickelt werden darf Ja, jetzt soll ich nur Hope töten Ich darf in Kämpfe verwickelt werden Das ist sehr nice So, ähm, ja Wo ist sie denn nun? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Seht ihr sie? Boah, das kann doch wohl nicht wahr sein Die nerven richtig diese komischen Schleicher Ey, die können sich mal verpissen Los, geh weg, geh wandern Ich will dich gar nicht sehen Du dämlicher Schleicher Jaja, schrei du mal da rum Da ist unsere liebe Hope Hier ist ein bisschen Nervengas Da ist unsere Maske geklaut Das ist sehr schlecht Wo ist unsere Pistole? Da Hoffentlich auch durchgeladen Ja, die Pistole ist durchgeladen Wieder ein bisschen Gas Ja, komm Hallo Bleibt noch nicht stehen Kletter, mein Freund Raus aus dem Gas Nicht im Gas stehen bleiben Das kann doch wohl nicht wahr sein Ey Der will unbedingt sterben Ich weiß auch nicht Irgendwie hat das so einen Drang zu sterben Alter Ja, dann renn Renn Da hinten ist sie Doch ich weiß gar nicht Was schief mit dir ist, mein Freund Oh Gott, ey So langsam So langsam Ja, komm Komm, komm 40 Meter 38 37 Ja, das schaffen wir noch Ich muss mal Mein Herz ein bisschen lauter stellen Das ist fast schon zu leise Ja, sehe ich genau so ein sehr nettes Gebäude Oder Baut Oder was auch mal du von mir wolltest Ihr habt dir nicht zugehört So, jetzt rennt sie auf den Fußboden lang Da ist sie, da ist sie, da ist sie Aber noch nicht in der Kanonreichweite Das kann doch wohl nicht wahr sein Komm, komm Schieß doch, schieß doch Alter Warum schießt er nicht mit unserer Pistole? Brauche ich jetzt hier unsere Unsere Unser Mörser Scheiße Habe ich keine Ah, Mann, Mann Ich kann auch nicht spritten in dem Gas Das ist ja das Ätzende Ich kann Ja, Ziel verloren Toll, aber ich konnte nicht da lang rennen Wenn ich in dieses Gas renne Und ein humpelter Typ sich eins zurecht Und er kommt überhaupt nicht mehr in die Hufe Das ist doch total mistig Was soll der Scheiß denn hier? Nehmen wir mal kurz hier Die Glotze ausmachen Die läuft nämlich Sie mich nebenbei Dass durch den Fernseher Die ganze Zeit die Webcam verschoben wird Das ist natürlich nicht so super Die Farbe soll erwerben Soll sich natürlich nicht alle 10 Sekunden ändern So, wieder ein bisschen Nervengas Ja, komm durch hier Hups So, äh, hier und da und da Äh, jetzt hat die Äh, verpiss dich, du alte Schlampe So, lass mich weiter sprinten hier Sie hat leider meine Abkürzung hier schon genommen Also muss ich den altertümlichen Kletterweg hier nehmen Aber sie darf dabei auch nicht zu viel Meter gewinnen Das ist ja der Scheiß Sie darf keine Strecke gewinnen Und da ist sie schon wieder ganz gut bei Strecke zu machen Das ist echt unfair Ja, ich finde das absolut nicht in Ordnung Dass sie so schnell die Strecke machen Oh Gott, oh Gott, oh Gott So, hier rauf Zack Und hoch hier Komm Gib Gummimann, mein Freund Oh, und da hat sie schon wieder Nervengas Er sprüht Hier so ein bisschen außenrum Ja, sehr gut Und dann über die Bäume Alter, hat die ein Tempo Warte auf mir hoch Komm zu mir Ich bin doch deine Hoffnung, mein Freund Ah, so hätte ich hier rüber gehen müssen Ja, komm, sprünze weiter Jetzt stell dich so an, alter Mann Wir sind doch nicht beim Rentnerverein hier Wir sind hier bei dem, ach ja, Templer Wir sind Templer Ich wollte gerade sagen, bei der Assassinen Aber da sind wir ja nicht mehr angehörig So, da hat sie wieder eine kleine Gaswolke versprüht Das ist ja fast wie zu Hause, wenn ich meine Blähungen habe Das sieht ungefähr dann genauso aus Sie rennt auf den Boden Vielleicht kann ich sie ja jetzt so abfangen Ich bin mal gespannt Komm ich so an sie ran Komm, komm, komm Ich muss doch so an sie rankommen Oh, Mann, Mann, Mann Ey, das kann doch nicht wahr sein Soll ich sie töten oder nicht? Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher, was ich tun soll Anscheinend soll ich sie ja nicht töten Weil ich kann sie nicht erschießen Ja, ja, geh weg, Jungs Verpisst euch Ich habe viel wichtigere Ziele Und sie alle bleiben an der scheiß Mauerkante hängen Boah, Alter Dieses Weib Wie kann das denn so schnell sein? Das ist doch unnormal Ja, renn doch Renn doch Scheiß auf die Jungs Scheiß auf die Renn einfach weiter Einfach weiter Die Engländer regeln das schon für uns So, komm schon Mensch, Jungs Was soll ich tun? Der gibt kein Gummi Ich komme einfach nicht an die blöde Kuh ran Ich muss doch irgendwann mal einen scheiß Spielfehler haben Oder sowas Irgendwas, wo sie hängen bleibt Das ist ja echt super Hilft mir, bitte Mann, Mann, Mann Das kann doch echt wohl nicht wahr sein Handy, Hals, Maul, Vibri Wann anders weiter hier Ganz vergesst, das auf stumm zu schalten Ja, ich verlasse schon das Gebiet Sehr schön Aber ich möchte diese blöde Kuh jetzt erwischen Ho, bleib stehen Ich habe nur ein kleines, kleines süßes Geschenk für dich Und zwar eine Kanonen Prime under control Ich sollte mich jetzt nicht aus dem Busch heraus erwischen lassen Weil da wartet ein Schleicher auf mich Das ist klar wie Kloßbude Boah, Alter Und ich komme nicht einen Zentimeter näher Nicht einen Zentimeter Das kann doch wohl nicht wahr sein Nicht ein Millimeter Hier genau selbe Tempo drauf wie ich So abkürzen Abkürzen ist jetzt meine Hoffnung Ah, die macht ja gleich wieder Meter, ne Das kann doch wohl nicht wahr sein So Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein Jetzt kommen eben die ganzen Engländer Ich habe eben gerade Oh, auf sie geschossen Und sie liegt immer noch So, dann lade mal nach im Sprint Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, gib Gummi Nachgeladen sind die Knarren Jetzt muss ich nur wieder nah genug rankommen Oh, Alter Verpiss dich doch Das kann doch wohl nicht wahr sein Komm, komm Junge Komm Jetzt werden sie die ganze Zeit wahrscheinlich im Kreis Bis ich sie erwischt habe Das ist natürlich echt kokolores So Dann bin ich die schon mal los, die Idioten So, dann muss ich nur noch an sie rankommen An sie rankommen Das kann doch wohl nicht wahr sein Und sie lebt immer noch Nein, jetzt haben wir sie endlich erwischt Mal schnell hier das Handy ausmachen Das nervt diese Vibration so Schon viel besser Oh, 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 oh Herz, Kaspar Komm, Junge Komm, zieh durch Ihr seid spät Schon wieder, Shane Hope Ich wollte das nicht tun Ich trainierte euch dafür Ich habe es nicht anders erwartet Warum? Um Liam Zeit zu geben Der arme Liam Der braucht Zeit Bald ist der Sheva-Yi auf dem Weg zur Vorläuferstätte Ich werde ihn aufhalten Er wird dich erwarten Hallo Gegen Er hat so viel Potenzial Komm, küss sie Küss sie Oder auch nicht Aber wenigstens etwas Gegen Gift wäre ganz super gewesen Eventuell Hm Weiß ich jetzt auch nicht Vielleicht so ein bisschen Gegen Gift wäre vielleicht Echt doch ganz sweet gewesen Aber irgendwie Dachte er sich wohl Brauchen wir nicht Brauchen wir nicht Oder hat er doch etwas gefunden? Hm? Nein Missionstil abgeschlossen Sich durch Giftwolke Keinen Schaden Ja Das ging voll nach hinten los Ich bin ja fast so gut Wie in jede Giftwolke Bei den ersten Anläufen Reingerannt Aber naja Davon lassen wir uns nicht stören So 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 Wo renne ich denn jetzt mal lang? Ja Leute Falls ich es schaffen sollte Die Webcam jetzt mit einzubinden In meine Aufnahme Wundert euch nicht Über die Unordnung hinter mir Ich bin eine kleine Chaos Queen Und ja Ich habe nicht aufgeräumt Ich besitze momentan Lein noch kein Greenscreen Ich benutzen könnte Von daher Bitte nehmt es mich nicht ganz so übel Und ja Ich muss noch an der Belichtung arbeiten Ich sehe das gerade So ganz super belichtet bin ich auch nicht Nur durch das Schimmer meines Bildschirmes Bin ich erleuchtet Bin ich dem Segen Der Templer ausgesetzt Boah Weil das schmalzig alter So Jetzt mal an Bord Meiner kleinen Yacht hier Ich guck mal kurz Ja Zeitlich sind wir auch voll gut dabei Lass mal bitte los Was macht eigentlich unser Geldstand Sind wir schon reich 27.000 Ah alter Ab in die Butze Bisschen Schiffpimpen hier 27.000 Stimmt Aus der Einmissung Habe ich so richtig viel Geld mitgenommen Das sollten wir jetzt mal nutzen Kaufen Morrigan verbessern Ja super Natürlich machen jetzt mir Volles Brett an Material Wisst ihr was Dann kaufen wir ein bisschen Ausrüstung So Hallo Durch hier Ich brauche mir ein bisschen mehr Leben Kann ich eigentlich mittlerweile irgendwas bauen So Shave verbessern Shave Verbesserungen Schwertsätze durch Hier Ah Alles schlechter Uh Sehr nett Sehr nett Alter 10.000 Aber sehr geil Gibt es noch ein besseres 4 und 5 Kombo dafür 2 Schaden 1 Schaden 2 Alter Gibt es noch eins Was alles voll hat Das wäre noch richtig Porno Ja Das hier wäre geil Das können wir nicht Ach alter hier ist schwer Das können wir natürlich nicht kaufen Schade eigentlich Ich wäre fast dafür Dass wir uns das Bastardschwert holen Mit dem Dolch dazu Ich kämpfe doch relativ häufig mit dem Dolch Kombo Geschwindigkeit Haben wir Schaden plus 2 Dafür Kombo plus 2 Schaden plus 1 Ich würde doch sagen Das wäre eher auf Ja Kombo oder Geschwindigkeit Aus Kosten Würde ich eher auf Kombo gehen Wir haben auch Schaden Geschwindigkeit Ist ja nicht ganz so wichtig Wir kaufen jetzt dieses Schwert Oder auch nicht Sag jetzt nicht Ich muss extra Hier hingehen Und dann kann ich es mir kaufen Na Pistolensätze Was gibt es denn da Bevor ich mir jetzt das kaufe Noch ein paar Pistolensätze Oh da gibt es aber sehr gute Verbesserungen Schon plus 2 Plus 4 Für 0 Euro sogar Vielleicht sollte ich mir Im Winter erst eine bessere Pistole kaufen Reichweite ist dafür geringer Okay das gefällt mir nicht ganz so geringer Reichweite ist blöd Aber die ist doch ganz Ich würde sagen die kaufen wir Ja die möchten wir wirklich kaufen So habe ich die auch ausgerüstet Ausgerüstet Sehr gut Dann Monturen Ja Gibst du auch was Das ist ein bisschen Anni es ist nur aussieht Das bringt noch irgendwie Leben dazu Oder so Aber das leider nicht Dann guck mal hier Was hatte ich mir da gerade ausgeguckt Das hier ne Offizierschwert 14.000 Oder das Bastardschwert Wäre natürlich auch ganz sweet Kombo Plus Schaden Schaden Plus 2 Geschwindigkeit Plus 1 18.000 Also ich bin doch eher Fürs Bastardschwert Wenn ich jetzt überlege Ich nehme das Bastardschwert Das ist etwas teuer Aber die Leute Wir haben es ja jetzt Wir haben es ja Jetzt wird fast pleite Aber das ist es mir wert Eine Bank haben wir hier drin Nicht zu weg Oder doch Wir haben eine Bank 2100 Ein bisschen Geld abgestaubt Und schon wieder Ein bisschen mehr auf Tasche Perfekt So kann es doch immer laufen So die nächste Hauptmission Den steuern wir doch mal direkt an Perfekt So Wir laufen aus Unsere blutroten Segel Getränkt von den Blut Tausender Paladinen Und Assassinen Die wir bereits getötet haben Ziehen wir weiter Um den nächsten aufzuhalten Dabei die Ruhestätte Oder wie hieß die nochmal Jetzt hat mir den Namen Davor nicht mal Leute Wie hießen die nochmal Diese Städten Wo diese heiligen Fragmente sind Los Team Los Team Aha Gib mir ein T T Gib mir ein A A Und ich habe das Wort Team Falsch geschrieben Yeah Und Ähm 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 Wo segel ich überhaupt hin Karte Karte Oh Gott Habe ich dann Hafen Nein Natürlich Obwohl Na Na Kann ich hier Schnell reisen Ne Ich habe ja noch gar nichts Entdeckt hier Alter Schwier Es wird jetzt eine Weltreise Dahin Aber naja Was soll's Ich habe das Gefühl Ich rase gleich Voll auf Land So Und Und Ich habe voll recht Ich muss voll nach links abdrehen Hardbackboard Ja Ich kann die Seemannsbefehle auswendig Zumindest Meistens Meistens kann ich sie auswendig So Jetzt geht mal ein bisschen Hackengast hier Mein Freund Ähm Ja Ihr könnt mir ja auch Falls ich die Webcam Eingeschaltet habe In dem Video Auch mal sagen Ob ihr die nächsten Videos Auch wieder mit Webcam Sehen wollt Oder lieber ohne Vielleicht passt euch ja meine ganze Visage Nicht Und dieses hässliche Ansehen Könnt ihr einfach nicht ertragen Man weiß ja nicht Ne Oh Ich glaube das Ding ist Eiskalt abgesoffen Durch einen kleinen Blitzeinschlag Kann ich plündern Yo plündern Holz Oh verpiss ich Scheiß Engländerboot Komm Gummi hier Nicht so loschig hier Gib mal ein bisschen Gas So läuft bei uns Ne Hier ist so eine kleine Küste Aber ich habe gerade keinen Bock anzulegen Ich möchte lieber ein bisschen weiter segeln Und unsere nächste Hauptmission anstreben Wir haben erst 50% des Spielstandes abgeschlossen Können wir die plündern Sind das gegnerische Feinde hier Was ist denn das gerade für ein Geräusch Blüm Was habe ich denn auch Was Blüm macht Eigentlich gar nichts Oder habe ich Face Ne Facebook habe ich auch nicht mehr offen Seltsam Komisch komische Geräusche Die ich hier höre Aber nein Davon lassen wir jetzt nicht stören Das sind doch Gegner oder was Oh Metall Okay Wenn das halt Gegner sind Dann hier Fresse Spürt das ihr Arschgeigen Oh seid ihr schon kaputt Oh es tut mir jetzt aber leid Wisst ihr was Die plündern war jetzt Sowas haben wir Sehr nett Sehr nett Sehr nett So kann ich dann andocken Und die entern Ja natürlich kann ich die entern Wisst ihr das ist so ein kleines Boot Die dürfte ich so mit der Bordkanone erledigen können Gucke Bordkanone Erledigen 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 Komm schon Eins Zwei Komm Weg mit dir Du auch weg Also kann wohl nicht wahr sein Ich erwische den sack nicht Geht doch Drei von fünf getötet Da ist der nächste Der ist auch weg Muss nur einen erwischen Ne es macht jetzt mal eine kuh glaube ich Ich sehe auch gerade gar keinen mehr Doch da hinten Habe ich den nicht erwischt Geht doch geht doch Ich muss die doch erwischt haben hier So läuft der Hase Jungs Ihr habt keine Ahnung was euch hier erwartet bei mir Nein das schiffen wir hier nicht in meine Crew mit auf Das werde ich eiskalt versenken Weil das ist das so ein gammel Ebay Schiff Ja Das ist der letzte Rotz hier Aber sehr nette Sachen Memorygen reparieren Ja Feindschiff ausschlachten würde ich sagen Ja 750 Gold Äh Ja äh Franken Ne Pfund Pfund 750 Pfund kann ich gut gebrauchen So ja Nimm das hier auch ein bisschen mit Hier mal überspringen die Sequenz Das kennen wir ja schon innen und ausländisch mittlerweile Und da können wir gleich dem nächsten Habe ich kein Keine Mörser Ne ist leer Natürlich Mörserkanonen finde ich nie Aber wisst ihr was ich habe Hihi Oh Habe ich Schwachstellen bei euch entdeckt Oh es tut mir jetzt aber leid Oh Guck mal hier Gleich nochmal ein paar Hier äh Schwere Kühlung auf euch geschossen Das möcht ihr doch Da steht ihr drauf Was Die Säcke hat auf uns geschossen Ich glaube es geht los Habt ihr es eiskalt gewagt Auf die Legendären Mori Gangs zu schießen Hallo Hallo Was ist denn los hier Alter 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 Los Benutzt das scheiß Ding Ach die kapern uns Die wagen es uns zu kapern Die Säcke Ich glaube die spinnen ja wohl Ja hast du einen meiner Kugel Tötet Jetzt wirst du dafür sterben Du Buchloser Mörder Oh Alter Die sind aber billig Die Typen Die sind ja richtig billig Komm Komm Töten Töten Zack Der nächste Alter Unsere neuen Schweizer sind richtig geil Guck mal Was die an Schaden fahren Ja komm Komm Junge Komm Hier Willst du auch nochmal Ja komm Der nächste gleich hier Willst du auch sterben Ja klar Könntest du sterben Das ist ja gar kein Problem Machen wir auch gerne für dich Du auch Du bist doch ein Schleicher Nicht kennen wir doch noch Wo ist da hin Teleportation Ey das ist ja unfair Wieso können die sich teleportieren Sind da oben auch welche Wo sind die denn Ist ja gar keine Gegner mehr Ach da kommt noch einer Ja kann ich auf den hinab springen Ne anscheinlich nicht Aber wie komme ich jetzt wieder hier Lebendig runter Das ist ja ganz cool Nicht hier Lebendig runter komme So zumindest Einfach zu viele Ich gebe euch einfach zu viele hier Ihr seid einfach zu schlecht Leute So und stirb Ruhe und Frieden Mein Freund Geht doch Warum nenne ich gleich so Dafür werde ich eindeutig Das Schiff ausschlachten Weil ich habe so viele Crewmitglieder verloren Über die Hälfte Alter Späte Und da haben sie noch welche überlebt Ratet mal was die tun werden Sich unserer Crew anschließen Ja die leben reichen aus 900 Alter voll ausschlachten Das Ding Ich brauche jedes bisschen Was ich kriegen kann So Ja Mhm Mhm Schleppt mal weg die Kisten So Jungs Weiter geht es aber jetzt hier in der Tour So Dann wollen wir jetzt aber mal kurz nehmen Auf die nächste Hauptmission Da ist gleich das nächste Boot Das habe ich wahrscheinlich eigentlich angegriffen So ähm ja Volle Breitseite Komm Komm So einmal beidrehen bitte Ich habe gerade das Rift gerammt Das habe ich bis hier gemerkt Dass ich das Rift gerammt habe So einmal hart beidrehen So volles Brett in die Seite Oh Jungs alter Versenkt die Südzi ey Alter komm schon Komm in die Fresse Weg mit dir Komm 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 Ah wir haben die schon versenkt Jetzt muss ich nur noch da rüber kommen Kann ich die entern? Ja ich kann die schon entern Ich brauche gar nicht da rüber ziehen Viel einfacher wenn das Schiff das von alleine macht Weil ich kriege die Kurve sowieso nicht mehr rum So einmal benutzen und Äh äh ja warten bis ich weit nah genug dran bin Sieht momentan noch ziemlich schlecht aus Jungs zieht mal ran die alte Schrottkiste so drüben Ach ja Ob ich den erwische dann Ich glaube eher weniger So eins Zwei Drei Vier So die haben auch erwischt Fünf Sechs Sieben Acht Haha Das läuft ja wie am Schnürchen hier Neun Zehn Elf Stirbst du wohl? Was bist du für ein Buggy Typ? Ha Nochmal zwei Wisch Alter Die sind ja fast alle tot Juhu Und komm Wollt ihr alle aussterben? Komm Wer ist der Nächste hier? Alter Jetzt habe ich aber mich mitten ins Gewerze gestürzt Und zerohlen meine Crew Eins Zwei Drei Komm Vier Töten erstmal alle hier Fünf Ich musste hier ein Pulverreservium zerstören Sehe ich gerade Äh Kanonen 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 So Kuhmitglied Minus eins Minus eins Aber was soll man tun Wenn es die Aufgabe ist die Pulverfeste zu zerstören Müssen wir das leider tun Es tut mir leid meine liebe Crew Möget ihr in Frieden ruhen Mw Was machen wir mit ihnen Unser Schiff sieht ziemlich schlecht aus Wir reparieren eindeutig die Morrigan So Ein bisschen Spachtelmasse hier Ein bisschen Spachtelmasse dort Ja sehr gut Das hält doch schon wieder wie neu gebaut Ah wie neu gebaut Was da für ein Spruch Äh So eine Scheiße wie neu gebaut Äh Natürlich wie frisch geleimt Öffnen und trimmen Ja öffnen und trimmen Und wir sind gleich wieder im nächsten Fight Oder was Alter Ein Kutter Guck mal Weißt du was du kriegst Kutter Alter kann ich bitte die Kurve kriegen hier Ich komm hier gar nicht rum mit der Scheiß Lute Die ist viel zu fett Ja aber ich komm nicht rum Was soll ich denn tun Ich muss ja irgendwie rumkommen Ja Kutter hier Da Kutter Ach guck mal Habe ich die gleich versenkt mit einem Schuss Alter ist ja echt traurig So So komm ich auf jeden Fall rum Ja noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch ein bisschen Noch ein bisschen Wir müssen komplett die Kurve kriegen Denn wir müssen einmal komplett außenrum segeln Wenn ich das richtig im Kopf habe Oh 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 Ich bin ja Ich bin ja total falsch Oh 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 Alter wie konnte ich ihn so falsch segeln So immer nochmal gucken Habe ich jetzt die richtige Richtung drauf Noch nicht ganz Alter Schwede Wie konnte ich ihn dermaßen falsch segeln So eine Scheiße aber auch Das ist ja Sowas von daneben Daneben Da geht es schon gar nicht mehr So ich muss jetzt hier mal einen Punkt setzen So dort einen Punkt gesetzt Sehr gut Markierung sitzt Die muss ich erstmal anpeilen Weil wenn ich da bin Kann ich erstmal weitermachen Aber so macht das keinen Sinn Ich muss erstmal Ja einen riesigen Boden rumeiern So eine Scheiße aber auch Eieiei Da habe ich ja was angerichtet Ich dachte ich wäre vollkommen auf dem richtigen Pfad Und bin voll in die Sackkasse geschippert So ein Rotz aber auch Was haben wir dort hinten Eine Bucht Ich dachte das wäre wieder mein nächstes Ziel Der Wind gefällt mir nicht Aha Brennendes Öl Das ist nichts Gutes Ja der Wind gefällt dir nicht Mein Freund Der Wind macht unserem Schiff nichts aus Das ist wie die Black Pearl Nur besser Hm So müsst ihr das sehen So wir werden jetzt nochmal ein bisschen hier rumgucken Und ich würde sagen Ja ich mache hier einen kleinen Cut Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge Und ich hoffe dann erreichen wir auch Unsere kleine Bucht hier Und ja wir sehen uns gleich wieder im Endscreen Bis gleich Tschüss Einige Herzinfarkte später haben was unendlich geschafft Wir haben Hope hingerichtet Und es hat uns wohl irgendwie auch leid getan Dass sie sterben musste Es war Es war kein böser Willen Aber es ging nicht anders Wir mussten sie hinrichten Die Absichten der Astrazine sind einfach viel zu schlimm Und die Opfer die sie bringen Sind einfach nicht tragbar Hope hat uns vergiftet Ich weiß eigentlich gar nicht so genau Wie wir uns jetzt von diesem Gift wieder befreit haben Denn ich habe gedacht Die kriegen gleich nochmal ein Herzkasper Wo jetzt stehen geblieben ist Um sie nochmal in den Arm zu nehmen Die letzten Momente Die wir ja mal haben Wenn wir jemanden töten Und was ist der Typ der überlebt? Eiskalt Irgendwo muss er wohl ein Gegengift eingenommen haben Was ich nicht gesehen habe Aber naja Davon lasse ich mich jetzt nicht stören Wir haben jetzt auch eine kleine Segeltur unternommen Und wir gehen uns jetzt gerade auf Geradezu zur nächsten Hauptmission Ich bin mal gespannt Was uns dort erwartet Wenn euch mein Video gefallen hat Lasst mir ein kleines Like da Ich würde mich sehr darüber freuen Und wenn ihr keine meiner neuen Folgen verpassen wollt Abonniert einfach meinen Channel Und ihr bleibt immer auf dem neuesten Stand Ich wünsche euch noch viel Spaß Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder In einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Rouge Mit eurem Twin Force Tschüss